dann gucken wir mal die geldkarte genau du heilige scheiße hast du in seinem heimatdorf mit einem alten mann geredet in welchem heimatdorf ich habe mit keinem mann geredet muss noch mit einem ambrosius reden aber die habe ich erst gekriegt die aufgabe vorhin wo soll die aufgabe sein in vatale ok eine schmiede gibt es ja auch färberei ich habe keine ahnung wo der sein soll naja Hallo. Wer? Ich merke mir keinen Namen. Das versteckte Dorf, wo der Hochstabler herkommt. Das hatten wir gemacht eigentlich. Aber ich erinnere mich jetzt nicht an einen alten Mann. Sehr nice, Mose. Ich bin jetzt auf Babymetal auf dem Zuge aufgestiegen. Nein, kein Greifennest, bitte nicht. Wie soll ich das versteine? Ja, klar, wo kriege ich jetzt den Kopf einer Medusa her? Von einer Medusa? Ja, wo ist denn da eine Medusa? Ich meine, der Greif kann mich auch anschauen. Ich versteinere den Augen mit meinem tödlichen Blick, aber... Okay, die Aufgabe stellt sich jetzt doch ein bisschen schwieriger ran. Na toll. Alle entfernen, so. Ähm... Das ist ja wieder lustig. Ich müsste eigentlich jetzt eher erstmal die Medusa finden und den Kopf... Vielleicht soll ich erstmal das machen? Ja, und währenddessen kann ich Gegnerviecher töten. Material... Ich verliere immer meinen Weg hier. Was ist los? Warum soll ich dir folgen? Bist du jetzt Philipp II, oder was? Ih, der hat Fell auf seiner Zunge. Das ist ja eklig. Danke für den Follow. Gut, old Philipp, ja. Seinen Namen habe ich mir gemerkt. Den habe ich mir gemerkt, den Drecksack. Kann sein, dass du was von ihm bekommen hast? Schauen wir mal später, ob deine Schrift oder... Formloser Gegenschlag da ist. Bekommt man immer von dem. Formloser Gegenschlag. Es ist eine Sache, die man aktivieren konnte. Vielleicht habe ich es schon gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen anderen Zettel hier. Und hallo Sony. Dankeschön nochmal für den Follow. Ähm... Philipp ist einfach Calvin 2.0. Ja... I love this game. Me too. Bestimmt verkauft oder weggeworfen. Äh, ne. Schriftsachen habe ich nicht weggeschmissen... Äh, weggeworfen oder verkauft. Dann check mal deine Diebfähigkeiten. Du sagst gerade was. Ich habe meine Fähigkeiten noch gar nicht gemacht. Gut, dass du es gerade erwähnst. Nein! Ich habe ja noch gar nichts ausgerüstet. Oh man. Hattest du mal Kingdom Come Deliverance gespielt? Ähm... Ich hatte es mal ein paar Stunden gespielt, aber ich kam mit der Steuerung gar nicht klar. Aber ich kenne die Story dahinter. Ich habe es mir dann bei jemand anderen angeschaut. Also ich finde es ziemlich cool. Aber ich kam irgendwie mit der Steuerung nicht klar. Deswegen werde ich den zweiten Teil auch lieber dann zuschauen. Aber cool ist das Spiel auf jeden Fall. Er braucht schon Fähigkeiten. Ich? Wer weiß, was mich schon wieder hier erwartet? Ist ja ganz gut, die Steuerung meintest du beim Reiten. Äh... Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube beim Kämpfen und so bin ich immer voll durcheinander gekommen. Ich meine es ist... Eine Gewohnheitssache, ja. Aber ich bin nach ein paar Stunden, wo ich es gezockt habe, irgendwie nicht warm geworden mit. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. 30.000? Doch, ich habe Interesse, aber ich bin arm. Ich bin arm. Ich bin so ein armer Schlucker. Wie im Real Life. Das passt doch. Deswegen bin ich deep, Papa. Ich muss... Ich muss alle geklauen. Ich muss alle geklauen. Scharlachroter Kuss. Okay. Das ist... Cool. Ich bin sehr gut. Ich bin super. Ich bin super. so dann hat sie auch schon mal wieder bessere sachen du hast du formloser gegenstand ich weiß nicht vielleicht habe ich es im lager eingepackt muss mal gucken oh hier handbruch des diebes was ist das im brief die meister lehre formloser gegenstand gelehrt ich weiß noch nicht mehr was das ist gerade aber danke aber siehst du ich schmeiß nichts weg oder verkaufsachen die ich noch brauchen so beschleunigt die reaktion des anwenders so stark dass er allen angriffen von feindlichen zielen ausweichen kann was 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 mache ich jetzt dafür weg warte mal schatten mandel erlaub verschmelzen mit der umgebung soll das gegner okay dann mache ich das weg jemand anderen was danke danke jemand anderen für die zehn erdbeeren hä warum ultra instinct ich bin sehr gespannt dunkel aura ich bin sehr gespannt darkness ja wir haben darkness jetzt das ist ja einfach jemand anderen gedacht wow ich verstehe schon warum das so gemacht wurde die dreckigen ist aber gut ausdauer ja ich sehe schon aber kann alles hat nach nachteil ich kann nicht mehr reden why not light weil light scheiße ist sehr gut makima sie päppelt mich immer wieder auf gegner wo seid ihr ich will mal alles hier austesten kann man hier auch was sammeln tatsache alteisen hab mich gefunden verwelbter zweig ja das passt auch gegner kommt hier we'll never get anywhere if all we do is rest let us return once we've grown tired from our labors let my magic imbue your weapon with the fury of the elements mit der und her und her Ich seh nix! Hä? Ich häng irgendwo fest? Ich merke, dass ich scheiß Rüstung habe. Ja, danke. Danke. Fast as well, more than what we can do it! Watch your footing, Master! Losing your balance on an incline this sharp Could be perilous Mistviecher, eh! Ich hasse Fliegegegner, ne? Ah, so kann ich so wieder ab... Ah, du bist es! Komm her, du Drecksau! Du bist schon längst tot gewesen! Prepare yourself! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Nachtdentick, schlaf gut! Immer in die Eier! Immer in die Eier! Ja! Ja, irgendwo muss ich ja hinstechen! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Machima! Nein! Der hat Machima! Aber in dieulas! Ja! Oh no! We're happening! We're coming! We're Machima! Wir peers ... In deinen Augen! A moment of victory is at hand. Let us finish this. Understood. This foe is nigh unstoppable. We must do all we can to prevent it from losing its temper. How are we meant to attack it without a weapon? Woah! Yeah! Nigh! Nigh! Follow me if you would. Aber so'n hübsches Vieh, ey. Wir hätten Freunde werden können, aber wollt's ja nicht. Erstmal T-Bang, geht nicht. Hab's da so. Das hier als Reitier wäre, das wäre King. Ja man, das wäre richtig cool. Ambrosius! I'm searching for blue crystal shards. Find an E and I'll pay you handsomely. The bigger they are, the higher your reward will be. Gute Nacht, Endic. Egal, die Nuggies sind wichtiger. Ja, und endlich haben wir mal ein scheiß Greifen erledigt. Den ersten. Ohh. So hier ist mein Ausbilder damals. Ernsthaft? Ja, die lagen hier rum. Hättest du ja auch selber mal dich bewegen können. Ja, gib mir Thala. Ja. 100? 100? Was soll ich mit 100 machen? Mach mal ein paar Nullen ran. Damit kann ich mir doch nicht mal einen halben, weiß ich nicht, einen Zipfel von einem Umhang holen. Ja, du auch. Dein Lohn ist scheiße. 100 Gold. Das macht so komische Geräusche. Das macht so komische Geräusche. Ich muss mich nur noch dran gewöhnen hier. Ich hab das Gefühl, es ist nicht so gerade, wie ich's gern hätte. Das macht's nur krummer, irgendwie. Hm. Ich schwitze. Der Kampf war doch ein bisschen anstrengender. So. Okay, dann laufen wir mal weiter rum. Ja, so ein Kissen, das würde nur noch mehr meinen Rücken krumm machen. Das Segen mal gucken. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich hab das Gefühl, es ist krummer als vorher. Ja, dran gewöhnen muss ich sowieso. Das ist ja komplett neu. Das ist das, klar. Eine Höhle. Höhle. Ein da in die Höhle. Oh, du bist ja süß. Komm mal hier. Kann ich die nicht nehmen? Ich will die tragen. Komm hier. Warum darf ich die nicht tragen? Das ist ja gemein. Fauliges Bäschen-Rippchen. Ih. Wir hatten sind so groß wie beim Entsorgungsunternehmen. What the fuck? Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Ich hab fünf Elvika. Der will 20 LWK, dafür haben du Arsch. Dann kaufe ich einen Reisestein. Blindwurmkristalle. Oha, dann kriegt man noch einen Slot extra hinten. Das ist ja cool. Habiert Gewicht und erhöht Effektivität, das ist ja geil. So lange Sie retainen, Sie finden Ihren Wunsch, und es zu Ihnen. Der Geist Weg. Entschuldige mich, aber ich habe nie gehört von so einer Sache. Dann sollte man aber bei besserer Ausrüstung machen oder so. Ja, ja, klar. Ich sehe jetzt gerade meine Deutsche, die sind aus den Drachen. Oh, wie süß! Dino! Sollte ich mich ein bisschen zurücklehnen, so, und dann schlafen. Ah! Ups, hab's nicht richtig eingerastet. Einfach schlafen. Wiii! Wiii! Äh... Das geht gut damit, ja. Zähl mir von... Sag mir, wo der Drache ist. Na toll, er wird mich finden. Also fehlt ein Schaukelstuhl. Jaaa! Ich hab' bei meiner Oma immer auf dem Schaukelstuhl gesessen und hab' ich ihn da immer eingepinnt drin. Ich hab' bei meiner Oma immer auf dem Schaukelstuhl. Ach, die Halbdrachen allein sind schon übel. Uff. Okay. Also ich muss Drachen killen, um diese Punkte zu kriegen. Aber mit dem Stuhl kann man schon so sich nach hinten, ne? Er sagt dir wirklich Dino zum Drachen. Ja, klar. Dino! Ja, ist mir klar, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind. Aber hatten wir lange nicht mehr mit Dino. 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 ich hatte es auch mal mit einem damaligen bekannt gemacht der obdachlos war habe ihn und seinen schäferhund sachen im großen rogerie markt gekauft die alterner körper wollte einen film schieben ob ich das für den obdachlosen also für mein kumpel oder der verstorben das verstorben kaufen würde das würde nicht gehen ich habe nur angelacht die weigerte sich die sachen dann anzuscannen dann habe ich es halt gemacht geld schon hinter den tresen zu geworfen mittelfinger deutlich gezeigt und btf und beleidigt das kann jedoch scheißegal sein für wem oder für was du die sachen kauf die ekelhaft muss man denn bitte sein da hätte ich aber auch den finger gezeigt er ganz ehrlich was für abartige scheiß menschen eine schnöse also war so eine menschen hasse ich einfach das kann das geht jedoch sowieso ein scheiß weg an so eine menschen müssen man in dieser situation stecken das sind keine sau genau dieser personen hilft dass die mal in der situation sind wie schlimm und schrecklich das ist unfassbar und hallo keks danke für den stufe 2 im 79 monat hallöchen lang nicht gelesen menschen nur noch auf der achse im moment ja ich merke schon menschen sind dumm menschen sind auch so egoistisch das ist so unfassbar widerlich ok wie liegt er noch ich fahre morgens weg und komme abends nach hause toll die kommen meine arme ja ja mein bester freund nein komm mit du bist jetzt mein ich habe ein stumpfes messer kommen das ist gut denn die schon werden ja ich weiß Hahaha. ich wollte schon immer mal probieren wie du kommst die die ist jetzt leider ja woanders macht das mal mit mark immer nie dann platzt mein kopf manchmal nicht die hat also hier lassen das ist das riski ich mal jetzt nicht